Guten Tag, wir spielen mal wieder The Forest. Letztes Mal, da wollten wir die Hasenfalle fertig machen. Das hat auch bis einem Stock gereicht, da wurden wir entführt. Wir sind fast verhungert und jetzt sind wir eben in dem Bereich. Uns fehlt immer noch ein Stock für die Hasenfalle und wir müssen auch gleich zwei Stöcke wohl opfern für Essen. Ja, das ist der Stand hier. Da kamen wir gerade raus. Und am letzten Teil kamen wir da raus. Und der Freund, dem geht es nicht mehr so gut. Das Beste wäre, wenn man jetzt echt mal hier so ein Feuer machen würde, ne? Weil Essen ist ja wichtig. E. Und jetzt nehmen wir mal einfach den Lizard, ne? Den wir im letzten Teil gebraten haben. So, machen wir hier noch ein paar Blätter. Ja, das war natürlich super clever. Lauf ich durch das Feuer, ey. Boah, so geil. So verballert, ey. Boah, ich war. Ja, nicht durch Feuer laufen. Ist heiß. Boah, so. Da gibt es jetzt erstmal ordentlich was zu essen geübtet jetzt. Woher geht man denn jetzt? Erstmal nach gelb. Eigentlich kommen wir ja auch. Wir sind jetzt voll aufgeladen. Aber ein bisschen Feuer hat uns ja auch nicht so viel ausgemacht. Da kommt sowieso wieder so ein Freund. Und machen die da. Ja, oder man ist tot, ne? Man ist tot. Gut. Schön. Vor allem, dann ist jetzt alles vom letzten Teil auch weg. Quatsch, nicht alles. Aber ein bisschen ist weg. Das einzige, was uns fehlt, ist ein Lizard und der Hase. So viel ist jetzt auch nicht so viel, obwohl er entführt. Deswegen ist er auch noch einigermaßen zu verschmerzen. So, hier ist nichts zu kloppen. Aber man kann ja mal ausprobieren, ne? Erstmal hier diesen Stock herausziehen. Ja. Wo ist er? Du kannst nicht mehr tragen. Schwache Sperre. So, wo haben wir? Da ist die Hütte. Genau. Und darunter ist ja direkt die Hasenfalle. Also die Hasenfalle, die das mal werden soll. So, ja. Man sollte auf jeden Fall auch mal hier dieses, die Waffen, stand ja auch irgendwie gerade, wie wir gestorben sind, da man die Waffen updaten soll. Ich habe keine einzige Waffe davon mal ab. Ich habe ja immer noch das vom Flugzeug. Wir machen erst mal. Guck mal. Guck mal eine Ahnung, was wir jetzt haben. Oh, siehe los. Neues Tier entdeckt. Ja, ist spannend. Ja, neues Tier entdeckt. Hat man hier nicht. Ach. Was haben wir denn da für ein? Auch ein Tier. So, dann gehen wir mal lieber im Wasser. Besser ist er halt, bevor die irgendwie so Mist machen. An Land muss, weil es mal so ein Riegel ist, auf jeden Fall. Ansonsten sieht er gar nicht gut aus. So. Ich würde am liebsten wieder zurück, aber da sind wieder so komische Typen, da zum Beispiel so einer so rumläuft. Ah, naja, wir sind da in Anführungsstrichen sicher. Ach, guck doch mal. Was haben wir denn hier? Guck mal schnell. Ja. Jetzt hätte man hier irgendwie stockern. Was hab ich dir jetzt mal laufen lassen? Das ist noch besser. Und jetzt kommt so offen. Tja. Haha. War natürlich auch klasse mit dem H-Sitz. Na ja, schauen wir mal irgendwie da bei ihm wie hier. Irgendwo. Boah, ich bin ja umzingelt. Ich bin ja umzingelt. Schauen wir mal jetzt. Hier ist auch noch so ein Typ. Die wollen auch nicht wegbleiben. Ach, die da jetzt. Auch wieder Ausflug oder was. A2 Lizards. Davon nimm aber einen. Den am besten. Weil der auch so rumpackt. Haben alle Lizards mal Glück gehabt. Weil ich so schlecht bin. Das war ein Regel. Es ist ne. Und ich hoffe mal, jetzt hat jetzt keine Angreifer mehr kommen. Das wäre. Oder hier nur Lizards. Lizards sind ja in Ordnung. Aber wenn die weglaufen, auch doof. Da ist wieder einer. Ein paar Stöcke sagen wir mal, damit wir das irgendwie Feuer machen können. Natürlich nur, weil wir einen Lizard haben. Oder einen Hasen. Aber wir können ja auch einfach runtergehen. Dann ist alles sehr gut. Hier war ja auch das Hemd, ne? Ihren Koffer. Alter Topf gesammelt. Okay. Nichts soweit. Hier in dem Koffer. Sieht auf jeden Fall anders aus. Da. Ja, guck mal. Neues Outfit. Ich hatte zwar anders in Erinnerung, aber egal. Das war ein Outfit. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann erstmal. Ja, wir haben Hasenfalle gemacht. Aber den Hasen recht wieder freigelassen. Das ist natürlich sehr gut. Ja, und schauen wir mal, was noch so passiert. Ein paar Stöcke haben wir jetzt auch gesammelt. Da können wir ja gleich oder im nächsten Teil hier noch und natürlich auch immer Feuer machen. Elisabeth war natürlich ein bisschen doof, dafür keine mehr bekommen haben. Aber ich sag dann bis dann. Tschüss.